Wahre Liebe ist ein Geschenk des Himmels. Sie macht dir Angst, bis du dich drauf einlässt. Dann lass dich doch drauf ein. Hier spricht ihr Captain. Wir kommen bei Wyman Air Flug 227. Erinnerst du dich an deine Flugstunden bei mir? Bist du bereit? Achte darauf, den Horizont in der Mitte zu halten. Ich schalte jetzt den Autopiloten aus. Hoppala. Er hat ein Herz entfacht. Ist okay, ist okay. Zieh hoch! Ich versuch's! Mach's schon! Wir fliegen ohne Piloten. Der Autopilot ist kaputt. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Wir können beide kein Flugzeug landen. Hallo, hört mich irgendjemand? Das ist ein Notruf. 227, bitte komm. Hier ist 227. Bleiben Sie ganz ruhig. Wir werden Ihnen helfen. Ach du Scheiße, siehst du das? Ich sehe das Unwetter. Es ist zu groß, um es zu umfliegen. Sie müssen mitten durch. Das ist unsere Chance. Kein Zurück mehr. Dann raus aus der Maschine. Bitte komm, Mayday, Mayday! that war. Untertitelung des ZDF, 2020